Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, seit den 1990er Jahren hat sich die Landwirtschaft gewandelt, um den Forderungen der Gesellschaft immer besser zu entsprechen. Die Initiative für Ernährungssouveränität, die Landwirtschaft, betrifft uns alle. Über die wir am 23. September abstimmen werden, sind mit dieser Entwicklung nicht einverstanden. Deshalb lehnt der Bundesrat die Initiative ab, denn die Agrarpolitik muss sich in Zukunft noch stärker an den Erwartungen in den Bereichen Umwelt, Tierwohl und Märkte orientieren. Vor einem Jahr hat die Bevölkerung bei der Abstimmung über die Ernährungssicherheit umfassend bestätigt, dass sie die Weiterentwicklung der aktuellen Agrarpolitik unterstützt. Dieser Weg muss weiter verfolgt werden, ersichert den Zugang zu erschwinglichen Landwirtschaftsprodukten, garantiert den Bauern und Bäuerinnen unternehmerische Freiheit und setzt einvernehmliche internationale Abkommen nicht aufs Spiel. Eine Annahme der Initiative für Ernährungssouveränität wäre ein Rückschritt. Die Schweizer Bevölkerung muss auch in Zukunft Zugang zu einer grossen Auswahl an hochwertigen Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen haben. Mit den Massnahmen der Initiative würden landwirtschaftliche Erzeugnisse teurer und der Einkaufstourismus würde zunehmen. Und nicht nur das, die verstärkte staatliche Kontrolle auf den Märkten würde die öffentliche Hand auch etwas kosten. Am Ende sind es die Finanzen der Haushalte, der Landwirte, der Wirtschaft und des Bundes, die es hart treffen würde. Mit den Handelshemmnissen bei den Agrarprodukten könnte der Bund seinen internationalen Verpflichtungen nicht nachkommen. So könnte beispielsweise eine Erhöhung der Zölle unsere Partner dazu veranlassen, Sanktionen zu ergreifen. Und dadurch würden Wohlstand und Arbeitsplätze bedroht. Die heutige Agrarpolitik erfüllt mehrere Forderungen der Initiative bereits und geht in gewissen Bereichen sogar noch weiter. Eine Annahme der Initiative käme alle teuer zu stehen, private und die öffentliche Hand. Bundesrat und Parlament empfehlen deshalb, die Initiative für Ernährungssouveränität abzulehnen.